Hallo zusammen, ich stelle euch hier das Spiel Just One vor. Es ist ein kooperatives Ratespiel für 3-7 Spieler mit einer angegebenen Spieldauer von 20 Minuten. In dem Spiel versucht jeweils ein Spieler ein geheimes Wort zu erraten und wie genau das funktioniert, das zeige ich euch in diesem Video. In der Spielbox findet ihr 110 Karten, die jeweils 5 Begriffe aufzeigen. Einen davon gilt es in jeder Runde zu erraten. Auf den abwischbaren Tafeln können mit den beiliegenden Stiften die Hinweise der anderen Spieler notiert werden und auf der anderen Seite mit der Halterung die Karte platziert werden. Zum Spielaufbau mischt ihr alle Karten und legt 13 von diesen als verdeckten Stapel in die Tischmitte. Die übrigen Karten werden für die aktuelle Runde nicht benötigt und zurück in die Spielbox gelegt. Jeder Spieler erhält eine Tafel und einen Stift und ihr bestimmt dann zufällig den ersten ratenden und dann kann das Spiel direkt losgehen. Das Spiel wird dabei über mehrere Runden gespielt, wobei jede Runde aus vier Phasen besteht. Dem Auswählen des geheimen Wortes, dem Notieren der Hinweise, dem Vergleichen der Hinweise und letztlich dem Rateversuch. Für die erste Phase, dem Auswählen des geheimen Wortes, zieht der ratende Spieler eine Karte vom Stapel aus der Tischmitte, ohne sie sich anzuschauen. Dabei stellt er sie auf seine Tafel, sodass alle anderen Spieler diese lesen können. Der ratende Spieler nennt dann eine Zahl zwischen 1 und 5. Die genannte Zahl entspricht dann dem Wort auf der Karte, das er erraten muss. Beispielsweise, wenn der Ratende bei dieser Karte die 4 nennt, müsste er das Wort Börse erraten. Sollten ein oder mehrere der anderen Spieler das gewählte Wort nicht kennen, können sie den Ratenden darum bitten, eine andere Zahl zu wählen. In der zweiten Phase agieren die anderen Spieler nun als Hinweisgeber und jeder von ihnen schreibt ein Hinweis auf seine Tafel, ohne sich mit den anderen Spielern abzusprechen oder diesen den eigenen Hinweis zu zeigen. Dabei darf der gewählte Hinweis nicht länger als ein Wort sein. Beispielsweise könnte für das geheime Wort Börse als Hinweis Aktien oder Handel gewählt werden. Zahlen, Namen, Abkürzungen oder lautmalerische Ausdrücke sowie Sonderzeichen gelten ebenso als Wort und sind erlaubt. Nicht erlaubt sind beispielsweise andere Schreibweisen des Wortes. Beispielsweise wäre Börse mit OE nicht für Börse erlaubt. Ebenso ist die reine Übersetzung des Wortes in eine andere Sprache ungültig. Zum Beispiel wäre Apple für Apfel nicht erlaubt. Daneben sind Hinweise ungültig, die den gleichen Wortstamm besitzen. Beispielsweise wäre Prinzessin als Hinweis für Prinz verboten. Freierfundene Wörter sind ebenso ungültig, genauso wie ähnlich klingende Wörter. Beispielsweise wäre offen als Hinweis für Ofen ungültig. Nachdem alle Hinweisgeber einen Hinweis notiert haben, vergleichen sie im dritten Schritt die aufgeschriebenen Hinweise. Dabei muss der ratende Spieler die Augen schließen, sodass er die Hinweise nicht sehen kann. Die Hinweisgeber zeigen sich dann ihre Tafeln und vergleichen die Hinweise. Identische und ungültige Hinweise werden in dieser Runde entfernt und folgend dem ratenden Spieler nicht gezeigt. Als identische Hinweise zählen zum einen komplett identische Wörter, beispielsweise wenn zwei Spieler Aktie als Hinweis für Börse aufgeschrieben hätten. Beide Hinweise, also beide Hinweistafeln müssen dann entfernt werden. Ebenso zählen Hinweise mit demselben Wortstamm als identisch, zum Beispiel Aktie und Aktienmarkt. Auch unterschiedliche Varianten des Wortes, beispielsweise Einzahl oder Mehrzahl, unterschiedliche Geschlechter oder unterschiedliche Schreibweisen zählen als identisch und müssen entfernt werden. Sollten alle Hinweise ungültig sein, wird die Karte mit dem geheimen Wort abgelegt und die aktuelle Runde ist sofort beendet. Der ratende Spieler hält in dem Fall keinen Rateversuch. Wurden etwaige ungültige und identische Hinweise entfernt, darf der ratende Spieler in der vierten Phase seine Augen wieder öffnen. Mit der Hilfe der übrigen Hinweise muss er nun versuchen, das geheime Wort zu erraten, allerdings hat er dafür nur einen einzigen Rateversuch. Der Spieler sollte also in Ruhe alle Hinweise lesen, bevor er seinen Rateversuch abgibt. Er kann sich aber auch entscheiden auszusetzen, wenn er sich nicht sicher ist. Hat er sich für das Raten entschieden und ein Wort angesagt, wird geprüft, ob dies richtig oder falsch ist. Hat der Spieler das geheime Wort erraten, ist es ein Erfolg für die Spieler und die Karte wird offen neben den Kartenstapel in die Tischmitte gelegt. Zu beachten ist, wenn der Ratener ein Wort mit derselben Aussprache wie das geheime Wort nennt, gilt dies ebenso als Erfolg. Hat der Spieler falsch geraten, ist dies ein Misserfolg für die Spieler und die Karte vor dem Spieler sowie die oberste Karte des Kartenstapels werden zurück in die Spielbox gelegt. Sollte der Ratende das Wort in der letzten Runde nicht erraten, also in der Runde, wo keine weiteren Karten mehr in der Tischmitte liegen, wird eine der zuvor richtig erratenen Karten in die Box zurückgelegt. Entscheidet sich der Spieler hingegen auszusetzen, wird nur die Karte mit dem geheimen Wort zurück in die Spielschachtel gelegt. Die Runde ist nach dem Rateversuch vorbei und der nächste Spieler zu linken des Ratenden wird zum neuen Ratenden. Die Hinweise auf allen Tafeln werden abgewischt und es beginnt eine neue Runde, in dem der neue Ratende eine Karte aus der Tischmitte zieht. Das Spiel endet, sobald alle 13 Karten aufgebraucht sind. Im Anschluss zählt ihr nun die Karten, die ihr erfolgreich erraten habt, also die Karten, die offen in der Tischmitte liegen. Dabei könnt ihr zwischen 0 und 13 Punkten erreichen. Wie die Ergebnisse jeweils einzuschätzen sind, findet ihr auf der Rückseite der Anleitung. Spielt ihr das Spiel zu dritt, wird das Spiel bis auf eine Ausnahme nach den gerade genannten Regeln gespielt. Im Dreispielerspiel erhalten alle Spieler zwei Tafeln und geben in der zweiten Phase jeweils zwei Hinweise. So werden pro Runde in Summe vier Hinweise notiert. In der dritten Phase werden die Hinweise aber nach wie vor zwischen den zwei Hinweisgebern verglichen und identische Hinweise wie üblich entfernt. Das als Überblick zu den Spielregeln. Im Folgenden zeige ich noch eine Beispielrunde. Das Spiel ist hier bereits für vier Spieler aufgebaut und wir sind der erste ratende Spieler. Wir ziehen eine Karte aus der Mitte und setzen sie auf unsere Tafel. Den anderen Spielern sagen wir an, dass wir den ersten Begriff erraten möchten. Diese haben nun etwas Zeit, sich einen Hinweis auszudenken und nachdem sie sich entschieden haben, müssen wir unsere Augen schließen, während die anderen ihre Hinweise vergleichen. Es gab keinen identischen oder ungültigen Hinweis, daher haben wir das Glück, dass uns alle drei Hinweise zur Verfügung gestellt werden. Mit den drei Wörtern Aufstand, Serie und Gladiator müssen wir nun versuchen, den gesuchten Begriff zu finden. Dabei denken wir als erstes an den Sklavenaufstand in Rom, der auch in der Serie Spartakus verfilmt wurde. In dem Sinne versuchen wir es einfach, wir nennen das Wort Spartakus und wir haben Glück, dies war das gesuchte Wort. Da wir mit unserem Tipp richtig lagen, legen wir die Karte offen in die Tischmitte. Nachdem die Hinweisgeber ihre Tafeln gereinigt haben, ist der Spieler zur linken von uns nun der neue ratende Spieler. Er zieht eine Karte aus der Tischmitte und setzt sie auf seine Tafel. Er sagt uns dann an, dass er dann gerne den zweiten Begriff erraten möchte. Dabei handelt es sich um den Piloten und wir nehmen nun unsere Tafel und entscheiden uns ihnen den Hinweis Flugzeug zu geben. Nachdem sich auch die anderen beiden Spieler entschieden haben, schließt der ratende Spieler seine Augen und wir vergleichen die aufgeschriebenen Hinweise. Das sieht allerdings nicht gut für uns aus, denn der blaue Spieler hat ebenso das Flugzeug als Hinweis gewählt. Da wir nun zwei identische Hinweise gegeben haben, müssen wir die beiden identischen Hinweise entfernen, das heißt der ratende Spieler bekommt diese nicht zu sehen. Er darf nun wieder seine Augen öffnen und bekommt nun als einzigen Hinweis den Beruf genannt. Das ist dem ratenden Spieler verständlicherweise zu allgemein und er entscheidet sich auf das Raten zu verzichten. Die Karte wird dann einfach zurück in die Box gelegt. Nun ist der nächste Spieler zu linken der ratende Spieler und er gibt an, dass er den vierten Begriff erraten möchte. Für den Begriff Bauernhof entscheiden wir uns den Hinweis Landwirtschaft zu geben. Nachdem sich die anderen Spieler entschieden haben, vergleichen wir nun unsere Hinweise. Auf der positiven Seite, wir haben keine identischen und keine ungültigen Hinweise gegeben. Allerdings, nachdem wir unsere Begriffe in Kombination sehen, sind wir uns nicht sicher, ob der ratende Spieler auf den korrekten Begriff kommt. Wir zeigen ihm dabei die Begriffe, nach etwas grübeln entscheidet er sich, Kühe zu sagen. Das ist nun leider nicht der gesuchte Begriff gewesen und wir müssen die Karte als auch noch eine weitere Karte aus der Tischmitte zurück in die Box legen. Das Spiel wird dabei so lange weitergespielt, bis der Stapel in der Tischmitte aufgebraucht ist und am Ende überprüfen die Spieler, wie viele Punkte sie erreicht haben. An der Stelle beende ich die Beispielrunde mit euch und ich hoffe, ihr konntet einen guten Eindruck von dem Spiel gewinnen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich sage tschau und bis zum nächsten Mal.